hallo und herzlich willkommen zurück zu tower of fantasy ja in der letzten folge sind wir hier stehen geblieben eigentlich sollten wir noch mit shirley sprechen ich weiß jetzt nicht warum wir das jetzt nicht mehr machen können jetzt steht nämlich drin gehe zu mysteriösen felsen ich spreche trotzdem mal kurz mit shirley das zecke nichts mitbekommt wer oder was ist zecke ich weiß gar nicht mehr worum es geht okay mysteriöser felsen haben wir irgendwo eine markierung wo wir hin müssen oder ist das damit ach so der ist damit gemeint oder nicht lerne franz kennen franz haben wir doch schon kennenlernen well but i'm trying to fix this deconstructor deconstructor is that the thing that can eliminate the simulacrum system that's right however this antique stopped working just when i needed it will it be difficult to fix it's just a short circuit but some of the internal components burned out it'll Okay, das erklärt natürlich, warum wir nicht mehr mit Shirley sprechen konnten, weil das nämlich zurückgesetzt worden ist. Hmm, ich habe einen Weg, um diese Maschine zu arbeiten wieder zu können. Surely, du bist nicht zu sagen... Du willst wissen, was da drin ist, nicht wahr? Wenn wir diese Deconstruktion arbeiten können, können wir ein Mal sehen. Diese Deconstruktion ist ein altes Modell, produziert von Banjas Tech. Es ist nicht zu kompliziert, also ich denke, ich kann es lösen. Von der Sicht, ich denke, die Power-Source wird wahrscheinlich verabschiedet. So, was soll wir tun? Ich laufe nicht weg, ich kämpfe. Versuche es mal. Ja, wie? Dann müsste ich erst mal da hochkommen. Okay, halte das Jackpack gedrückt und ziehe die Taste, um die Richtung zu ändern. Lasse dann los, um in Richtung des Falls zu sprinten. Ja, wie soll ich das Jackpetten? Achso, Tippen 2, um es zu verwenden. Ah, okay. Wenn du dich einem Ziel in der Luft näherst, fängt die Angriffstaste an zu blinken und tippe links. Dadurch wird ein verheerender Luftangriff eingesetzt. Oh, das war tatsächlich, äh, was jetzt? Erkundungsmodus? Anleitungsmodus? Achso, nur einige Missionen haben blaue Punktanzeigen. Alle Missionen haben blaue Punktanzeigen. Ähm, ja gut. Die Anleitung möchte ich natürlich auch haben. Ähm, aber wir wollen ja eigentlich die Hauptstory, also denke ich mal, dass wir den linken dann nehmen. Ich habe keine Ahnung. Okay, hinten links, Moment, geh zum, halt, stopp, stopp, geh zum Astra Omninum-Turm. Der ist dann da hinten, wenn ich das richtig sehe. Okay, also damit kann man nur gleiten. Oh, nee, damit komme ich wieder rein. Okay. Hallöchen, Kleinse. Kleinse, genau. Nein, ich habe zwei gedrückt gehalten. Wieso kann ich damit jetzt nicht fliegen? Kann man sich dann stehen bleiben? Darf ich mich nicht in der Bewegung dann befinden, so wie es aussieht? Nein, ich darf es auch so nicht mehr. Da steht aber auch was mit 24 Sekunden. Wahrscheinlich kann ich den jetzt 24 Sekunden gar nicht mehr benutzen, so wie es aussieht. Okay. Muss ich da jetzt hoch? Oder kann ich hier irgendwo rein? Ich meine, klettern wäre auch cool. Oh, was war das? Hallo? Ah. 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 Hi. Hi. Hey, I'm a friend of Shirley's. She sent me to get help from you. Has Shirley met with trouble? She's alright. We're just trying to fix a broken deconstructor. And we're hoping to borrow your backup power source. Understood. Take the backup power supply. It shall symbolize our companionship. I shall also synchronize the latest geographical data of Astra with you. My new friend. Oh. Wer bist du denn? Der Lars ist auch da. War das jetzt so gewollt? Wie komme ich denn hier raus? Hallo? Äh. Mission, Kochpunkt. Achso, das sind die Sachen, die angezeigt werden. Ähm. Nein. Wir können es mal probieren. Ist sie denn bekloppt? Das funktioniert doch nicht. Ja, ja, ja. Das wäre schön, aber das funktioniert ja bei mir nicht. Hallo? Okay, manchmal funktioniert es dann wohl doch. Ach, es liegt auch mit. Wie süß. Oh, schafft man das noch hier drauf? Sehr schön. Ach, der braucht... Nee. Der braucht nicht so lange zum Aufladen. Weil jetzt kann... Doch, jetzt kann ich wieder drücken. Komisch. Okay. Also eben ging es nicht direkt danach. Dann hat er irgendwie einen Countdown gehabt, dass es nicht mehr möglich ist. Ich werde es nicht von zu früh loslassen. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Sehr schön. Okay. Dann hoffe ich mal, dass das irgendwie zum Tutorial gehört. Ich will mitspielen. Ich glaube, das wollen die nicht. Ich wusste, dass der jetzt kommen würde. Nein, ich will erst gegen die Kleinen kämpfen. Geh weg. Geh weg. Oh, geh weg. Ich glaube, der Große hat die Kleinen jetzt mit kaputt gemacht. Das ist schon mal gut. Rückgrat? Nein, was ist das? Stahlrückgrat. Ich kann es nicht lesen. Ein wildes Tier, das durch irgendwas mutiert ist und anschließend... Achso, das ist... Ah. Danke, dass ich das... Was ist das denn hier? Darf man das nicht mal lesen, oder was? Ist der weg? Hallo? Hä? Der war doch noch nicht tot. Okay. Nein. Nein! 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 A link to the Hykros Simulacrum Database has been established. A link to the Hykros Simulacrum Database has requested data release permission. Permission to release Hykros Weapon System data has been granted. Permission to release Hykros Simulacrum System data has been granted. Escape, bestelle eine Waffe. Okay. Sonderbestellung. Ein Auftrag. Donnerhellebade. Donnerhellebade. Okay, das hört sich jetzt nicht so besonders kriegerig an, muss ich sagen. Muss ich jetzt drauf drücken. Sonderbestellung 1 oder? Nee, zurück wahrscheinlich nur. Probiere deine neue Waffe aus. Waffen. Wechseln. Donnerhellebade. Jetzt habe ich aber nicht drauf achten können, ob die jetzt wirklich besser ist. Jetzt habe ich chociaż vous an, ich kann euch mal eben auf das Talon. Das Talon им mal mit balance. Sie ist alle Knoten. Und jetzt geht's. Ich werde jetzt gleich, ich habe keinen Fall geholfen. Ich bin מה die Soldaten. Sie haben, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was habe ich mir auch? Und dann bin ich das như. Ähm, ok. Ja, ich hab's doch ausgewählt. Hallo. Darf ich? Oh, ja. Und jetzt? Muss ich da jetzt nochmal drauf drücken? Leute, ich will einfach nur weitermachen. Nein, wieso bin ich nicht mehr ich? Hä? Hallo. Ich will wieder ich sein. Leute. Ich will wieder ich sein. Ich will nicht irgendjemand anders sein. Hä? Das ist ja selten blöd gemacht. Wie kann ich jetzt wieder zu mir werden? Bedanke dich beim Schrottroboter. Ja, ich will mich aber nicht bedanken. Ich will wieder ich sein. Frage nach dem Simulacrum-System. Ich bin sehr gut. Ich bin jetzt. Oder? Okay. Okay. Aktiviere Sammler E01. Wo finde ich denn? 118 Millionen da. Sind das eigentlich Schritte oder Meter? 118 Millionen Meter, war ein bisschen viel, ne? So. Okay, und was ist das für ein Ding da hinten? Trainingsanlage. Okay, ne, ich will keine Trainingsanlage gerade. Aber die Pilze, die sehen ganz gut aus. Die können wir mal mitnehmen. Ich hab zwar keine Ahnung, wofür die sind. Kopfsalat. Also, was ist das? Kann man mit dir irgendwas machen? Nö. Teergrube. Eine Höhle voller solider brennbarer Erdölblöcke. Wer weiß, was sich sonst noch da drin befindet. Okay. Ja, was ich jetzt nicht verstanden hab. Also, werde ich das denn noch mal... Oh! Werde ich das denn noch mal los hier, diese Optik? Weil ich möchte natürlich ich selbst sein. Aber Rand. Keep out. Okay. Habe ich nichts gegen? Aber der kommt mir aber hinterher. Wo muss ich denn hin? Kommt der mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Ja, tatsächlich. Ist das dein Ernst hier? Ja, ich glaub jetzt... Ja, jetzt ist er wieder zurückgelaufen. Hallo, weich aus! Man, mach das weg! Och. Kannst du hier noch nicht mal... ...ausweichen, weil irgendwas dazwischen gibt. Konnte ich natürlich nicht lesen, was das war. Was ist denn hier mit? Ich kann das kaputt machen. Sieh nicht so aus. Kann ich den Amethisten hier einsetzen? Oh, cool. Äh, kehre zum Raumriss zurück. Wo haben wir dich denn? Raumriss. Raumriss! In welche Richtung bist du? Ist das ein Gegner? Was ist das denn hier? Ja. Hallo. Ich hab ein Hykos-Entschlüsselungssystem gefunden. Ich hab zwar keine Ahnung wie, aber ich kann es irgendwie anscheinend entschlüsseln. Huh! Schließe Passwort. Wo kommst du denn jetzt her? Ja. 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 Ich stirb. Aber den Kopfsalat, den nehm ich noch mit. So. Ähm. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist jetzt gerade kein... Keine Anzeige. Kann ich mich hier mal irgendwo an die Seite stellen, ohne dass ich hier ständig angegriffen werde? So. So. Was haben wir denn hier? Astra-Zuflucht? Da müssten wir theoretisch hin. Kann man das markieren? Ja. Okay. Also da irgendwie in die Richtung. Das Ding hält ja nicht wirklich lange. Okay. Die Frage... Oh, Kopfsalat. Da war wieder Kopfsalat. Salat ist lecker. Den müssen wir mitnehmen. Was ist eigentlich mit dir? Kann man irgendwas mit dir machen? Heben! Hahaha. Okay. Ich glaube, das hat der nicht so gerne. Gut. Ähm. Da haben wir das gehabt. Ach, da oben. Ah ja. Jetzt ein bisschen in die falsche Richtung. Äh. Und scheinbar in die Richtung mit ganz vielen Feinden. Wie so das aussieht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo? Mitten ins feindliche Klima. Ich will hier weg. Ähm. Das ist aber nicht hier, oder? Moment. Aber den Fluss entlang muss ich auf jeden Fall. Den Pilz muss ich hoffentlich jetzt... Ah, Moment. Da ist jetzt... Nee. Können die sich mal für eine Richtung entscheiden? Also eben stand da, ich muss den Fluss entlang gehen. Da werde ich jetzt auch entlang gehen. Muss ja nicht unbedingt hier alles einsammeln. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Kann ich hier bei euch was einsammeln? Cool. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche, aber lieber mal ein paar mehr mitnehmen. So. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Und die Frage ist, müssen wir jetzt hier überhaupt hin? Ich kehre zum Raumriss zurück. Moment. Der war doch... Hier wird mir gar nichts angezeigt. Egal, wo ich... Also jetzt... Trainingsanlage. Kapsel. Ich habe mich hier gerade jetzt völlig verfranst, oder wie? Wie sieht denn so ein Raumriss hier drin aus? Nördliches Ring... Äh, Gebirge. Ist das der Raumriss, wo wir hin müssen? Moment, hier unten ist noch einer. Südliches Gebirge. Sonst haben wir hier keinen... Doch, da oben hätten wir noch ein nördliches Gebirge. Ja, und zu welchen Raumriss soll ich jetzt zurück? Könnt ihr euch mal entscheiden, Leute. Also. Wir sind von hier gekommen. Da unten auf der Seite... Achso, Moment, doch. Da unten auf der Seite... Das ist doch der Raumriss, oder? Den wir suchen. Zumindest meine ich, dass sie da steht. Ähm, hallo? Wie soll's fliegen denn jetzt? Hi. Hi. Ja, ich hab mich ein bisschen verlaufen, aber ansonsten ging alles gut. Und ich hoffe, die Power-Source ist still intact. Ich habe faith in dir. Jetzt kann ich diesen alten Hunker-Junk reparieren. Oh, du musst dich so lecker sein, nach all diesem schweren Arbeit. Franz hat seinen Kuchen-Pot hier verlassen. Warum hast du dir erst etwas zu essen? Nein! Wieso sehe ich jetzt wieder so aus? Jetzt muss ich mir doch noch mal ein paar von denen... Wieso muss ich eher drücken? Okay, ich glaube, das ist eine Ulti oder sowas. Kann man die auch gegen die Fische einsetzen? Warum soll ich denn... Hallo? Moment, weil da ein Fisch ist, glaube ich. Na, komm. Wie viel brauchen wir denn? Ah, ich glaube, das reicht schon. Wir hatten ja schon ein oder zwei. So, mit dem Kochen beginnen. Ja. Okay, dadurch kriegt man auch XP. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Die können wir auch einmal machen. Jetzt können wir nur noch die machen. hochgestuft, sehr schön. Oh, ich glaube, das Fisch schmeckt. Aber wir rollen an den da. Nö. Ich nehm einfach einen mit. Die Arme. Ja, ich schätze, der war wohl nicht sehr amused darüber, was jetzt hier passiert ist. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter mit ihm sprechen, werden wir hier erstmal... Nee, Moment, wir sollen uns noch bei ihm entschuldigen. Das machen wir am besten noch in dieser Folge. Ich bin entschuldigung, Shirley. Sie... Hey, keine Ahnung für all das. Es ist nur ein Sibling Schwabble. Das ist gesagt, ich bin froh, dass ihr zwei geschafft habt, die Maschine. Es hat mir viele Probleme gegeben. Es ist nicht mein Platz, Zeke, aber Shirley wird sicherlich besser als du denkst. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr Vertrauen in ihr. Ich verstehe. Ich sollte mit ihr reden. Maybe we should let her calm down a little bit. How about we let those two kids have their chat first? You're right. I was too harsh on her earlier. She probably doesn't want to see me right now. Please take care of Shirley for me. It's raining. I don't want her to catch cold. You can count on me. So, jetzt können wir aber erstmal diese Folge beenden. Ich kann grad nicht ranzoomen. Keine Ahnung, warum ich nicht mehr ranzoomen kann. Jetzt kann ich wieder ranzoomen. Dass wir jetzt erstmal die Folge beenden und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.